Hey Leute, das ist nur ein kurzes Video, um euch kurz mitzuteilen, dass ich heute kein Video mehr hochladen werde, denn ich habe gerade Hardcore-Probleme mit dem Hochladen. Wirklich, es funktioniert gar nichts, es hängt sich alles auf. Es wird wieder am Handy hochgeladen, noch am Laptop hochgeladen, gar nichts geht. Jetzt kann ich mich bald freuen, wenn meine Kamera und mein Ding kommt und es bestellt wird. Deswegen möchte ich euch bitten, falls morgen kein Video vernünftig kommt, dann bitte liegt es daran, dass nichts funktioniert. Und ich möchte, dass ihr das bitte akzeptiert. Falls ihr mir irgendwie wisst zu helfen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und lasst dem Video trotzdem ein Like da. Sonst, falls morgen kein Video kommt, probiere ich zu streamen. Haltet euch aber auch im Laufenden auf Instagram, deswegen bitte folgt mir auf Instagram, die YouTube-Girls8680. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in dem Livestream oder im neuen Video. Bis dann, Freunde. Und es tut mir mega leid, sorry.